Auch bei den Kabinen ist AIDA Nova das Schiff der vielen Varianten. Es gibt 21 verschiedene Kabinenkategorien und das fängt an recht klein bei der Einzelkabine innen, dann mit Balkonen, dann die normalen Innenkabinen, Außenkabinen, aber dann auch Kabinen mit größeren Balkonen, unsere Verandakabinen. Es geht dann weiter über Junior-Suiten bis zu normalen Suiten mit Extra-Service und natürlich der krönende Abschluss, unsere große Penthouse-Suite am Heck des Schiffes.